Hey, ich bin Ralf und ich bin Lukas und in diesem Podcast nehmen wir euch zu Museen aus ganz Deutschland und darüber hinaus mit. Aber es geht nicht um die großen berühmten Museen, sondern um kleine, alternative, skurrile und manchmal auch ganz schön lustige Museen. Wir wollen wissen, was Menschen dazu bringt, Dinge zu sammeln und ihnen ein Museum zu widmen. In jeder Folge stellt einer von uns dem anderen und euch natürlich ein Museum vor, das er besucht hat. Und jetzt geht's los. Bitte nicht anfassen. Museum mal anders. Ein Podcast von Escucha. Tja Ralf, heute nehme ich dich mit zu Geheimsprachen. Ich nehme dich mit zu Ingenieursmeisterleistungen. Ich erzähle dir was von europäischer Geschichte und ich erkläre dir, was Whisky-Produktion mit Mausefallen zu tun hat. Ja, sehr, sehr spannend. Bin ich für alles offen. Kannst du dir vielleicht vorstellen, was das Objekt ist, über das es ein Museum gibt? Irgendwas lokalgeschichtliches? Keine Ahnung. Nein, tatsächlich geht's im Letzteres. Es geht um die Mausefallen. Denn ich war im Mausefallen-Museum in Nerod. Nerod wird dir sicherlich nichts sagen, vermute ich mal. Das ist ein kleines Dorf in der Eifel, also ganz im Westen Deutschlands. Als ich da war, Mitte Dezember, war das Dorf wie ausgestorben. Da war wirklich nichts los. Ich war aber schon ein bisschen angefixt von diesem Museum, weil als ich an dem Ortsschild von Nerod vorbeigefahren bin, stand schon auf dem Ortsschild Mausefallen-Museum. Ich bin schon von vornherein davon ausgegangen, dass diese Mausefallen und das Museum, über die Mausefallen, für die Nerod ganz schön wichtig sind. Ich habe mich da mit Helga Wallenborn getroffen. Sie kümmert sich seit sieben Jahren um das Museum und sie hat mir sozusagen eine kleine exklusive Führung gegeben, durch die mehr als 500 verschiedenen Mausefallen, Rattenfallen und Maulwurfsfallen, die in diesem Mausefallen-Museum ausgestellt sind. Warum ist das denn genau in Nerod? Also gibt es da irgendwie eine besondere Geschichte? Was haben die dann mit Mausefallen zu tun? Dazu gibt es nicht nur eine besondere Geschichte. Es gibt im Prinzip ganz viele verschiedene Geschichten, die alle irgendwie ineinander verwoben sind. Und deswegen habe ich dir diesen Teaser am Anfang gesagt. Also prinzipiell kannst du sagen, dass Nerod im Mittelalter mal relativ reich war. Aber gerade in der Neuzeit, also so ab dem 17., 18. Jahrhundert, konnten die Menschen dort von der Landwirtschaft nicht mehr leben. Du musst dir vorstellen, dass die allermeisten Menschen in dieser Zeit ja Bauern waren und dass man dafür natürlich auch gute, fruchtbare Böden braucht. Und gerade in der Nerod-Gegend ist das eben nicht so der Fall. Und das heißt, dass die Menschen, die damals sehr arm waren, natürlich auch irgendwann mal sagen, sie wollen irgendwohin anders emigrieren. Viele sind in die USA gegangen, andere in die Slowakei. Und da gab es vor allem einen, ein gewisser Gläs, der lernte dort Draht binden. Also das heißt, aus Draht verschiedene Sachen zu binden und verschiedene Objekte zu machen. Mit den Skills kam er zurück nach Nerod und hat dann angefangen, einfach Sachen zu reparieren, indem er Draht benutzt hat, um kaputte Dinge zusammenzubinden. Daraus haben die das so weiterentwickelt, dass die angefangen haben, aus Draht Mausefallen zu konstruieren. Denn Mäuse und Ratten waren zu dieser Zeit eigentlich überall eine riesengroße Plage. Und je effektiver die Mausefallen waren, desto häufiger wurden sie gekauft. Und so haben die Nerodler angefangen, ihre Mausefallen in der ganzen Gegend zu verkaufen. Und die waren dabei richtig erfinderisch. Und zwar so erfinderisch, dass es sogar Mausefallentypen gibt, die nach den Nerodern benannt sind. Da wollte ich tatsächlich gerade fragen. Ich dachte, dann hast du irgendwie umgedreht die Mausefalle und dann war Made in Nerod drauf. So in der Richtung, ja genau. Da hören wir mal rein, was Helga Wallenborn dazu zu sagen hat. Jetzt heißt sie Nerod der Rundfalle. Es ist eine Reusenfalle, die zwei Eingänge hat, die innen angespitzt sind, sodass die Mäuse nicht mehr raus können. Und ein Türchen, damit man die Mäuse wieder herausnehmen kann, lebend oder tot, neuerdings lebend, die in den Nachbars Garten bringen. Und früher haben die Mäuse also Speck und Käse gemocht. Heute gibt es Nutella, Schokolade und Erdnussbutter. Falls du dir diese Nerodermausefalle, also diese Neroderrundfalle, wir kommen nämlich später dazu, dass es noch mehrere andere gab, die kannst du dir ungefähr vorstellen wie ein Iglu. Du weißt ja, wie ein Iglu aussieht, wie so eine Küchenschüssel, die umgedreht ist. Und die ist komplett aus Draht gebunden. Und diese Eingänge für die Mäuse sind wie so Reusen. Das heißt, sie kommen von außen in die Falle rein, aber dann gehen diese Drähte zusammen und die kommen nicht mehr raus. Ich habe noch nie so eine Mäusefalle gesehen. Es sieht aber auf jeden Fall super fancy und super effektiv aus. Und zwar so effektiv, dass diese Drahtbindearbeiten so erfolgreich waren, dass sie eigentlich in die ganze Welt exportiert worden sind. Wie groß ist denn dann so eine Rundfalle? Weil wenn ich an Iglu denke, da haben wir mehrere Leute Platz und haben jetzt in so einer Falle dann auch mehrere Mäuse Platz? Absolut. Also die gibt es in verschiedenen Größen, aber ich würde mal sagen, da passen locker so fünf bis zehn Mäuse rein. Also das ist gar kein Problem. Die sind dann da drinnen und das ist natürlich eine Falle aus Neroder Produktion, die dafür sorgt, dass die Mäuse das überleben. Eine andere Falle, die aus Nerod kommt, die witzigerweise irische Falle genannt wird, obwohl sie in Irland Deutsche oder Nerota-Falle genannt wird. Die geht nämlich nicht so zimperlich mit den Mäusen um. Da ist es nämlich leider anders. Diese Falle killt die Mäuse. Ist das dann so eine Art Bügelfalle? Ja, so in der Richtung. Wir hören mal kurz an, wie sich das anhört, denn das hat mir Helga gezeigt. So, ich löse sie jetzt aus. An dieser Federung ist von ein Galgen. Dieser Galgen wird mit einem Faden nach unten gespannt und die Maus muss erst, wenn sie an den Köder will, der hinter dem Faden ist, den Faden durchbeißen. Ja, und das war es dann. Sie bricht das Genick. Und dadurch, dass überall ein Köder drin ist, gehen mehrere Mäuse rein. Diese Fallen hier gab es mit drei, sechs, neun und zwölf Flöschern. Eieiei. Das klingt irgendwie sehr brutal, aber na gut, wenn natürlich gleiches Genick gebrochen ist, dann unterscheidet es sich jetzt auch nicht von so einer herkömmlichen Falle. Ja, absolut. Also vor allem musst du dir diese Nerota-Holzfalle so vorstellen, dass es die in verschiedenen Größeneinheiten gibt. Die gibt es entweder als Dreier-, Sechser- oder Zwölfer-Einheit. Das Design stammt tatsächlich aus dem 19. Jahrhundert. Das, was natürlich ein bisschen skurril für uns anmutet, ist, dass diese Mäuse sozusagen in diese Falle gelockt werden. Und wenn dieser Auslöser getätigt wird und dieser Galgen dann hochzieht, dann bleiben diese Mäuse erst mal in diesen Fallen hängen. Also man hat damals tatsächlich gewartet, bis so viele Mäuse wie möglich in dieser Falle drin sind und hat dann alle Mäuse genommen an der Falle, hat die hingetragen, wo man sie halt entsorgen wollte, hat einen Mechanismus geöffnet und dann sind diese Mäuse aus dieser Falle alle rausgefallen. Also du siehst, das ist ein wahnsinnig, ja, wie soll man sagen, ökonomisiertes Mäusefang. Die Nerota haben das damals echt auf die Spitze getrieben. Weil diese Nerota-Falle, also die Falle, die die Mäuse nicht fängt, sondern die die Mäuse tötet, die ist für die Verhältnisse extrem klein. Also diese klassischen Mäusefallen, die wir kennen, die sind ja vergleichsweise groß, die sind ja deutlich größer als die Mäuse selbst. Und bei dieser Nerota-Falle ist es umgekehrt. Die haben wirklich den Platz, ich würde mal sagen, optimal ausgenutzt. Die Mäusefallen-Produktion in Nerot ging bis in die 1960er Jahre. Danach wurde das alles ausgelagert nach Asien und die Mäusefallen-Produktion da kam zum Erliegen. Erst 1985 hat sich dann der Heimatverein gegründet und die wollten aus dieser Mäusefallen-Tradition, wollten halt auf die Aufmerksam machen und haben dann das Museum gegründet. Und tatsächlich seit ein paar Jahren, also seit ungefähr zehn Jahren, bauen die Nerota wieder Mäusefallen, vor allem diese Neroter-Rundfalle. Aber sie benutzen ihre Draht-Skills auch, um daraus zum Beispiel Topfuntersetzer aus Draht zu bauen. Also das kann man dann auch alles kaufen, das schaut auch richtig schön aus. Die Mäusefallen-Produktion ist immer weiterentwickelt worden und vor allem ist sie nicht nur in Nerot weiterentwickelt worden, sondern auch auf der ganzen Welt. Und das sieht man darin, dass im Neroter Mäusefallen-Museum Mäusefallen aus der ganzen Welt ausgestellt sind. Und wir haben da zum Beispiel, einfach nur ein paar Länder zu nennen, Mäusefallen aus Jemen, aus Pakistan, Irak, Australien, Ungarn, Slowakei, Polen, Kenia und Kambodscha. Und war da irgendeine Mäusefalle dabei, die du besonders herausragend fandest? Also prinzipiell finde ich alle Mäusefallen faszinierend, weil du kannst dir nicht vorstellen, was es für verschiedene Mechanismen gibt, Mäusefallen zu konstruieren und vor allem auch entweder die Mäuse zu fangen oder halt umzubringen. Was ich total spannend fand, war die Mäusefalle aus Kenia. Die kannst du dir vorstellen wie einen Bogen, also ein Bogen von Pfeil und Bogen. Das heißt, ein Stab, der mit zwei Schnüren an den Enden verbunden ist und der dadurch in Spannung gebracht wird. Am einen Ende dieses Bogens ist ein kleines Körbchen dran. Da ist ein Köder drin. Und wenn die Maus dahin geht, löst dieser Köder aus, dann wird ein Mechanismus ausgelöst. Ich dachte, als ich das gesehen habe, dass die Maus nur gefangen wird. Doch dann hat mir Helga Wallenborn gesagt, dass das nicht so ist. Die wird da drin kräftig umgebracht. Und zwar bei der Falle aus Kenia, die Kambodscha arbeitet genauso, wird das Hölzchen, das Sie da jetzt in diesem Bogen, der mit Seil gespannt ist, sehen, vorne in das Körbchen hineingesteckt. und das Seil, das übrig ist, ist im Körbchen dann drin und wird zur Schlinge. Die Maus muss, wenn sie an den Köder will, der vorn an dem Hölzchen dran ist, erst mit dem Kopf durch die Schlinge. Und das war's. Und weil der Bogen hier gespannt war, kriegt sie noch einen Freiflug. Ich bin ein bisschen verwirrt. Also wie genau funktioniert das jetzt? Die geht durch die Schlinge, dann zieht sich die Schlinge um die Maus herum und dadurch, dass dieses Seil gespannt ist, wird die halt weggeschleudert und bricht dadurch dann das Genick, oder wie? Diese Falle ist so, dass wenn die Maus diesen Mechanismus auslöst, das hat ja Helga gerade erklärt, dann wird diese Schlinge zugezogen. Das heißt, diese Schlinge zieht sich durch die Bogenspannung in Richtung Mausehals und bricht der Maus das Genick. Aber stellt man die Falle im Haus auf oder außen? Die kannst du draußen und drinnen aufstellen. Das ist gar kein Problem. Wie viele Meter fliegt die denn? Ich weiß es nicht. Wir haben sie nicht ausgelöst. Es ist auf jeden Fall total faszinierend, wie viele verschiedene Mechanismen es gibt, das auf die Spitze zu treiben. Eine Mausefalle, auf die ist Helga Wallenborn ganz besonders stolz. Das ist nämlich die Mausefalle, die automatische Wasserfalle nach dem Deutschen Reichspatent aus dem Jahr 1910. und die kann fast wie am Fließband Mäuse fangen und umbringen. Und auch die haben wir uns angeguckt. Da hat es mir was dazu erklärt. Das Teil hat vorne einen Vorbau. An der Seite dieses Vorbaus kann man Köder hin tun. Der kann aber nicht gefressen werden, weil es ein Gitter ist. In der Mitte dieses Vorbaus ist ein Eingang. Und in dieser Eingang ist eine Wippe. Und wenn die Maus in den Eingang reintritt, geht die Tür zu. So, und dann muss sie hier an diesem Drahtteil, das hier an der Seite hochgeht, hochklettern. Der Widerhaken geht rüber. Sie kommt hier oben an und hat oben ein Loch, durch das sie durchkrabbelt und hier hinten auf das zweite Blech gelangt, das auf dem Aufbau des Wasserbehälters ist. Sie tritt auf das Blech und saust ins Wasser und macht die Tür auf für die nächste Maus. Boah, ist das kompliziert. Ohne Scheiß. Weil es ist, wenn man das nicht sieht und nur hört, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der Vorbau nicht mit Wasser gefüllt. Es gibt danach aber noch einen zweiten Bau. Genau. Da wird die Maus dann ja, hingelotst und dort ist Wasser drin. Und dann, sobald die Maus in diesem Wasserbecken ist, wird der Eingang von dem Vorbau für die nächste Maus geöffnet. Und die Maus in dem Wasserbecken ist gefangen. So in der Richtung, genau. Also du kannst es dir vorstellen, im Prinzip schaut diese Falle aus wie ein großes L. Der untere Teil des L ist sozusagen dieser Vorraum, wo der Köder hinter diesem Gitter ist. Das ist ja das, was Helga gerade auch erzählt hat. Und da muss die Maus rein. Und ab dem Zeitpunkt, wo die drin ist, kracht hinter ihr eine Tür zu. Die Maus hat nur eine Richtung, in der sie gehen kann. Und das ist eine kleine Leiter, die quasi bei dem hohen Teil des Ls, also entlang geht. Und diese Leiter muss sie hoch. Das ist die einzige Möglichkeit, die sie hat. Wenn sie da hoch geht und am Dach, also ganz oben am L angekommen ist, dann öffnet sich von dem Gewicht der Maus, öffnet sich das Blech und die Maus fällt in das Wasser. Und diese mechanische Energie wird über einen anderen Mechanismus verwendet, um vorne die Tür wieder aufzumachen. Das heißt, im Prinzip ist diese Mausefalle so lang aktiv und er säuft so lange Mäuse, bis der Wassertank voll mit toten Mäusen ist, damit dieser erneute Mechanismus nicht mehr auslösen kann. Ach, die Mäuse, die ertrinken dann? Die Mäuse, die ertrinken dann, genau. Die fallen von oben in dieses Wasser rein, aber kommen von unten nicht mehr hoch und die ertrinken dann, genau. Ich würde mal sagen, eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. Also ich verstehe nicht ganz, warum das teilweise so aufwendige Erfindungen sind. Na überleg mal, so aufwendig ist es ja gar nicht, denn diese deutsche Wasserfalle von 1910, die kannst du ja überall hinstellen. Wenn du brauchst nur einen einzigen Köder, der Köder wird nicht mal aufgefressen, weil der gar nicht berührt wird und du lässt die einfach stehen und kannst damit im Prinzip so viele Mäuse fangen, bis dieser Wassertank voll ist. Wenn du eine normale Mausefalle hast, die löst einmal aus und dann ist die tote Maus da drinnen oder die gefangene Maus da drinnen, bis du die Falle holst. Und da kannst du einfach sehr viele Mäuse fangen, ohne irgendwas dafür zu machen. Also das ist schon gar nicht so blöd. Und, und das wusste ich auch nicht, diese Mausefallen, vor allem diese deutsche Mausefalle, die ist richtig, richtig, richtig begehrt, auch unter Sammlern und davon gibt es einige. Unter anderem auch Menschen, die natürlich Mausefallen an das Mausefallenmuseum in Nehruz spenden, die kommen aus der ganzen Welt. Und es gibt dabei tatsächlich den Fall eines Zahnarztes, der unbedingt die deutsche Mausefalle kaufen wollte. Und da hören wir jetzt auch mal kurz rein. Der unbedingt diese Falle mit dem Deutschen Reichspatent haben wollte und lange gebettelt hat und Fallen geschickt hat, Blumen geschickt hat, selbst vorbeikam. Die Falle ist immer noch da und die geht auch nicht weg. Sehr skurril, dass er sogar Blumen schickt und alle möglichen Versuche wagt, da diese Falle zu bekommen. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand Mausefallen sammelt. Da kann es ja nicht so viele Leute geben, oder? Doch, da gibt es tatsächlich ein paar und das Spannende ist auch, dass diese Mausefallen teilweise richtig, richtig teuer sind. Eine funktionierende Mausefalle mit diesem Deutschen Reichspatent kostet auf Lohnmärkten bis zu 1.000 Euro, wenn du dir die jetzt kaufst. Also das ist so, dass die auch mittlerweile einen gewissen monetären Wert haben, tatsächlich. Ich habe noch eine Frage zur Helga. Die Helga, die gehört zu dem Heimatverein, oder was ist da ihre Verbindung zu dem Mausefallen? Genau, die Helga ist eine gebürtige Neroterin und hat da lange als Schulrektorin gearbeitet. Und seitdem sie in Pension ist, hat sie quasi nach einem neuen Projekt gesucht und dann hat sie die Leitung des Mausefallmuseums übernommen. Interessanterweise hat sie sich dann auch dieses Drahtbinden beigebracht und sie kann mittlerweile sogar wieder ein paar Brocken einer alten Geheimsprache, die die Mausefallenhändler untereinander benutzt haben. Und zwar das Jenisch. Und wie sich das anhört, da hat sie mit zwei Sätze eingesprochen. Was heißt das auf Deutsch? Der Junge und das Mädchen verstehen gar nichts. Können Sie das drunter nochmal aussprechen? Was heißt das? Jetzt haben sie gut gegessen, nichts bezahlt und jetzt sind sie weg. Nie gehört. Also ich habe nie gehört von dieser Sprache. Kannst du mir darüber ein bisschen was erzählen? Ja, natürlich. Also das Jenisch ist eine Mischung aus dem Jiddischen und Rotwelsch. Jiddisch kennt man ja und Rotwelsch ist... Die Gauner Sprache oder so, oder? Genau, 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 genau. Das ist eine Sprache, die haben verschiedene Händler benutzt im 19. Jahrhundert, aber eben auch und besonders die Mausefallenhändler. Und das ist tatsächlich als Geheimsprache konzipiert. Das heißt, diese Krämer, die dann im ganzen Deutschen Reich und darüber hinaus unterwegs waren, haben diese Sprache genutzt, um miteinander zu kommunizieren, damit die anderen nicht verstehen, was sie untereinander kommunizieren. Die haben sich da Tipps gegeben, in welche Herberge man gehen sollte, bei welchen Wirt man essen sollte und so weiter und wo man am besten die Finger davon lassen sollte. Und das hat nämlich auch mit der Lebensweise dieser Menschen zu tun. Die Neroter sind tatsächlich im 19. Jahrhundert aus Nerot im ganzen Deutschen Reich zu Fuß unterwegs gewesen und haben die Mausefallen, die sie gebaut haben, an einem Ring um die Schulter dabei gehabt und sind sozusagen von Dorf zu Dorf gezogen und haben die Mausefallen verkauft. Die weiteste Route ging tatsächlich bis nach Königsberg. Das ist heute Kaliningrad und damit Russland. Und diese Sprache wurde wirklich nur von den Mausefallen-Krämern verwendet? Nein, die wurde von vielen fahrenden Händlern verwendet. Also jenisch wurde auch nicht nur Nerot gesprochen. Es gibt auch Nachweise aus dem Saarland, es gibt auch Nachweise aus dem Rheinland, es gibt auch Nachweise aus Luxemburg. Aber man weiß, dass sich diese Mausefallen-Händler sehr häufig und sehr aktiv auf jenisch unterhalten haben. Das ist natürlich was, was total speziell ist, weil überleg dir mal, dass du dir als Berufsstand eine eigene Sprache entwickelst, damit dich andere Menschen nicht verstehen. Das ist schon, das ist schon wirklich was Besonderes. Und übrigens, noch ein zweiter Fun-Fact zu dieser Geschichte. Die Händler haben nicht nur eine Geheimsprache genutzt, und ich sage jetzt bewusst die Händler, weil die Fahnenhändler waren wirklich Männer. In der Zeit haben nämlich die Frauen zu Hause an Mausefallen weitergebaut und haben alle 14 Tage Mausefallen-Pakete in verschiedene Dörfer und Städte per Post geschickt, sodass die Händler, wenn sie ihren ersten Ring an Mausefallen verkauft hatten, jeweils Nachschub hatten. Diese lange Mausefallen-Handelstour, zum Beispiel eine bis nach Königsberg, die ging über ein Jahr. Das heißt, die haben sich ein Jahr nicht gesehen, weil die das ganze Jahr durch das ganze Deutsche Reich damals gelaufen sind, also das Deutsche Kaiserreich, ihre Mausefallen verkauft haben und alle 14 Tage ihren Mausefallen-Vorrat wieder aufgefüllt haben, während sie sich die ganze Zeit auf jenisch unterhalten. Unfassbar. Also wirklich unfassbar, dass das Geschäft da mit dem Mausefallen so gebrummt hat, dass man sogar von Nerod bis nach Russland geht und damit auch Geld verdienen kann. Genau. Also ich meine, es war natürlich nicht viel, das waren arme Menschen, das muss man auch wirklich sagen. Und das haben die nur deswegen gemacht, weil sie von der Landwirtschaft halt nicht leben konnten. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das eine Geschichte hat. Und das ist eben den Nerodern auch wichtig, dass diese Geschichte nach wie vor erzählt wird. Und im Mausefallen-Museum in Nerod ist es so, dass man natürlich neben einem klassischen Museum mit ein paar Vitrinen, wo man auch diese Fallen aus der ganzen Welt sieht, da gibt es auch noch eine Werkstatt. Und in dieser Werkstatt siehst du nach wie vor, wie die Neroder damals die Mausefallen gemacht haben. Das schaut erstmal aus wie eine ganz normale Werkstatt. Verschiedene Werkzeuge, Zangen, Hämmerchen und so weiter. Aber wenn man da vor Ort ist, kriegt man so ein bisschen einen Eindruck davon, wie die damals produziert worden sind. Haben die dann irgendwann auch Fallen für größere Tiere gebaut? Nein, das waren immer nur Mauseratten oder Maulwurstfallen. Du hattest am Anfang ja gesagt, dass es heute auch um Whisky geht. Genau. Wie war denn das gemeint? Das war insofern gemeint, als dass einer der größten Importeure von Nerodermausefallen tatsächlich Schottland und Irland waren. Da sind noch in den 1960er Jahren Bestellungen nachweisbar mit mehreren tausend Bestellungen. Der einfache Grund dafür, man durfte damals kein Gift und kein Dünger auf die Felder geben, weil man damals schon gemerkt hat, dass der Whisky dadurch schlecht schmeckt. Gleichzeitig hat es aber Plagegeister wie Mäuse und Ratten natürlich im feuchten Klima von Irland und Schottland gegeben. Und deswegen hat man versucht, möglichst effizient und möglichst kostengünstig Mausefallen aufzustellen. Und die besten und effizientesten kamen aus Nerod. Also es ist ja so viel, was du mir heute erzählst, von dem ich noch nie gehört habe. Ja, das ging mir auch so bei meinem Besuch. Ja. Wer besucht dann jetzt das Museum in Nerod? Im Jahr gibt es drei bis viertausend BesucherInnen. Das kommt natürlich ganz darauf an. In Corona-Zeiten war weniger los. Und das ist ganz unterschiedlich. Also entweder alte Menschen, die tatsächlich auf einer Kaffeefahrt sind und die dann mit dem Bus vorbeifahren. Es gibt teilweise auch Schulklassen, die da hingehen, aber auch Leute, die zum Beispiel Eifelwanderungen machen und da über Nerod da durchgehen. und dadurch, dass das Museum in ganz Nerod relativ prominent ausgeschildert ist, kommt man da auch immer mal wieder hin. Wenn du in das Museum mal gehen solltest, und das würde ich jedem empfehlen, das ist wirklich total interessant, dann wird man sehr schnell beeindruckt davon sein, was es alles für Möglichkeiten gibt, Mäuse zu fangen oder um die Ecke zu bringen. Und da sind der menschlichen Fantasie wenig Grenzen gesetzt. Also ich muss ja sagen, ich bin da so zwiegespalten, weil ich finde das total faszinierend, aber wenn ich dann höre, wie da diese Mäuse umkommen drin, dann schmerzt mich das tatsächlich ein bisschen. Aber es gibt ja auch Lebendfallen, hast du gemeint. Ja, ja, vor allem diese Nerodarundfalle, diese Iglofalle, die wir ganz am Anfang vorgestellt haben, da werden die ja drin gefangen. Und das hat ja auch Helga gesagt, dass das heutzutage eher der Fall ist, dass die nicht mehr umgebracht werden. Aber du musst halt überlegen, ich meine, Mäuse waren Krankheitsüberträger, Mäuse haben Ernten vernichtet und damals war es halt häufig eine Entscheidung, lebt die Familie oder lebt die Maus? Und dann ist die Entscheidung keine schwierige, die da zu fällen ist. Und ich glaube, so mit Tierrechten und wie man da mit den Mäusen umgeht, das ist halt so eine Geschichte, die wahrscheinlich erst ein paar Jahrzehnte so wirklich im Bewusstsein von Menschen ist. Und ich denke mir, vorher wird das recht egal gewesen sein. Ja, da hast du recht. Na gut. Gut. Ja, Lukas, vielen lieben Dank für den Einblick in diese skurrile Welt der Mausefallen. Jederzeit und gerne. Also wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Lasst uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auch immer über Feedback. Ihr findet auch unsere Kontaktadresse in der Beschreibung des Podcasts. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Absolut. Bis dahin. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.